Also ein Harnstein sind kristalline Ablagerungen im Urin, die in der Regel in der Niere entstehen und dann in den Harnleiter abgehen können und dann auch als Harnleiterstein bezeichnet werden oder in der Harnblase sich festsetzen und als Blasenstein bezeichnet werden. Bleiben die Steine im Harnleiterverlauf irgendwo stecken, kann es dann zu einer sogenannten Harnleiter Kolik kommen, wo die Patienten dann notfallmäßig therapiert werden müssen, um den Stein zu entfernen oder wenn die Steine kleiner sind, kann man versuchen über konservative Maßnahmen den Stein abgehen zu lassen.